Das Hotel Neujahr Club liegt in Erja in Costa del Sol. Es liegen keine weiteren Empfehlungen für das Hotel vor. Das Hotel bekommt 2,5 von 6 Sonnen und scheint in vielen Bereichen Verbesserungspotenzial aufzuweisen. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 25 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Die Zimmer des Hotels sind akzeptabel. Sie werden mit 3,1 und 6 Sonnen bewertet. Service. Für den Service vergeben die Gäste des Hotels 2,6 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Die Kategorie Hotel allgemein umfasst die Sauberkeit und Zustand des Hotels. Hier scheint das Hotel die Erwartungen der Gäste nicht gerecht zu werden und erhält nur 2,5 von 6 Sonnen. Gastronomie. Gastronomisch kann das Hotel nicht bei den Gästen punkten. Es erhält 2,5 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Die Gäste bewerten die Lage des Hotels mit nur 2,3 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Das ausbaufähige Unterhaltungs- und Sportprogramm des Hotels bewerten die Gäste mit 2,3 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.